Recht herzlich willkommen hier bei der Lebenshilfe in Wundsdorf. Wir gestalten einen Schuppen um, mit so einem Partyraum für die Lebenshilfe. Und wir bauen jetzt hier gerade einen Holzunterstand auf und hier sieht man halt auch mal andere Bereiche, lernt andere Leute kennen, andere Lebensbereiche und das finde ich gut, dass wir da einfach Einblicke bekommen und auch enthält. Was mir gefällt, ist, dass die Mitarbeiter mal vom Tagesalltag, DVK ausscheren und mal was komplett anderes machen und sich dabei trotzdem wohlfühlen. Das packen wir hier an und unterstützen das tatkräftig. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache, es ist schön, wenn man irgendwo helfen kann. Mir persönlich macht es besonders Spaß, dass wir hier in einer Teambildungsmaßnahme was Gutes tun für Menschen, die sich sicherlich die Mensa-Trober freuen werden. Gesagt, getan, geholfen! Gutes! 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 Bis zum nächsten Mal.